Hallo Damen und Herren! Herzlich Willkommen auf meinem Posti-Kanal! Ja, heute Nacht, dass ich immer wieder Zeit für ein kleines FNAF-Fangame! Heute spielen wir Five Nights at Whitey's! Ich habe ja schon die ganzen DLCs gespielt von dem Spielchen hier, der Hunt Factory und jetzt habe ich mir gedacht, spielen wir mal das Original-Spiel! Ich würde sagen, nicht lang schlagen! New Game! Willkommen bei Whitey's Fun-Place! Es sind fünf Roboter, aber in Zukunft kommen jetzt Roboter! Creepy, creepy! Ich bin gespannt, was ich tun muss! Huuuut Magic! Es lädt, es lädt, es lädt! Die Spannung steigt! Was muss ich tun? Was muss ich hier tun? Kann ich hier irgendwas anklicken? Irgendwas drücken? Was muss ich das tun? Gimmick! Nase! Schalter drücken? Irgendwie... Ich kann mich... Ich kann mich ja voll im... Ah, Klick. Ah, Kamera. Hallo. You. Kann ich ja nichts ringen. What? Habt ihr den Schrei gehört? Kein... Was muss ich tun? Q, W, E... Irgendwie was. Ich weiß es nicht. Moment, ich muss mal kurz. So, jetzt. Kann ich ja nichts klicken? Ah, Klick. Fixed cams. Door locked system. Was? Exit. Ich hab keine Ahnung, was ich da tun soll. Oh, er dreht sich so langsam. Cam 1. Was ist denn hier? Oh. Kann ich ja... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier kann man nichts tun. Oh. Oh. Nein. Was ich tun? Irgendwie ein Gimmick. Kleiner Gimmick. Leute. Hallo, ich kann hier auch nichts tun. Rekord North Corner. Ich kann hier... Was? Ich hab gerade... Was geht hier ab? Gimmick? Irgendwas. Kleines Gimmick. Oh, ist das creepy. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Exit. Leute. Oh, Kollegen. Oh. Camera era. Oh. Du, 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 du. Stell zurück, stell zurück, stell zurück. Left side. Fixed cameras. Oh. Oh, es ist erst eine Stunde rum. Oh, es ist... Schade, dass ich mir hier nichts machen kann. Ist das für eine Musik? Ich weiß nicht, was ich drücken kann. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. What? Ich hab keine Ahnung. Click. Alles roger. Ich tue es halt einfach mal. Warum auch immer. Leute. Leute. Ich hab Angst. Alles im grünen Bereich. Ich weiß nicht, was man... Wisst ihr, was man hier machen muss? Oh, diese Atmosphäre. Das Sound. Ob man hier vielleicht an den Teilen hier was machen kann? Ich weiß es nicht. Oh, oh, oh. Da lacht er. Oh, no. Hier kann ich auch nichts tun. Irgendwie was... Oh. Camera era, oder? Hundertprozentig. Nein. Ich weiß es nicht. Nein. Alles nach... Alles... Alles roger. Alles roger. Ich verbreite wieder eine Panik. Das... Das tun wir gar nicht. Unnötig. Unnötig Panik zu machen, alter Mann. Ist alles gut. Ist alles wunderbar. Alles okay. Aber der kommt mir schier verdächtig. Ja. Kann man hier nichts... Sie sehen auch nicht sehr freundlich aus. What? Click. Door lock system. Mal einen Schluck trinken. Was muss... Huh. Was muss man hier tun? Drauf warten, dass... Oh, no. No, please. No, please. Camera era. Oh. Attention, attention. Fixed cam. Oh. 5 Uhr. Door lock system machen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Der spielt... Ich weiß nicht. Muss man wirklich keine andere Taste drücken oder sonst was? Oh, der Sound. Ich hab keinen. 6 Uhr in der Morgen. Strike. Magic. We got it. I did it. Second night. Cool. War easy. War ja nicht schlecht. Und es lädt. 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 Das sieht man wieder. Kein gimmick. Irgendwie an der Nase. Ip, ip. Oder sowas. Nichts. Wo man anklicken kann an der Maus. Nein. Äh, an der Maus. An der Maus. Nein. Kein gimmick. Mysteriös. Mysteriöses Spiel. Klick. Da sind sie noch alle. Vier Stück. Hier kann man nichts klicken. Einer... Oh, es fehlen zwei. Ah, ah, ah. Sie lachen sich ein Arsch. Ich hätte gerne ein Gimmick gehabt. Dass sich vielleicht was verändert oder irgendwas. Hier an dem Bild kann ich auch nichts machen. An dem Monitor kann ich auch nichts machen. Ich tue mal hier. Door Lock System. Schaden kann es nicht, oder? Oh, was sind das für Geräusche? Hat er einen Durchfall oder was? Scheiße, ich habe schon Schiss. Scheiße, ich habe schon Schiss. Scheiße, ich habe schon Schiss. Oh, oh. South Elway. North Corner. Hallo. Kann man hier nichts klicken, irgendwie? Gar nichts machen. Ich höre Ketten. Ist das gut? Mache ich was richtig oder mache ich es falsch? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder an diese Türe. Schenke. Hm. Ich spiele so einfach oder bin ich zu gut? Ich bin nicht gut. Wir drehen uns mal im Kreise. Ja. Kann ich da mal ein bisschen rüber. Oh. Damn. Camero. Jetzt aber schnell. Fast, you old man. Ich versuche mal die ersten beiden Nächte zu spielen, um dann zu schauen, ob es euch... Oh, let's eat! Yes, we can eat you! I eat you! Was ist das mit dem Grün hier? Dass ich hier nichts drücken kann oder... I don't know. Das verwehrt mich mit diesen Fangames oder überhaupt... Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Eine kurze Information mehr, was ich brauchen muss. Außer überleben, natürlich. Ist ja klar. I will survive. Schade, dass jetzt kein Minigame dazwischen gekommen ist. Kleiner Gimmick. Gimmick, Gimmick. Schade. Hallo! Steh mal! Böse. Das sieht nicht richtig aus. Weil nur Kameras angucken und nichts tun? Ich weiß es nicht. Sonst kann man hier auch nichts klicken. Nein! Keine Taschen, kein Gimmick! Nein! Nein! Ich check mal die Türen! Check die Türen! Mein Freund! Nebill. Nebill. Hex. Dimm. Nebill. Trrrr. Die Geräusche sind nicht schlecht. Da ist einer. Da ist keiner. Aber es kommt ja keiner. Alle weg, alle weg, alle da, keiner, oh, jetzt habe ich schon gedacht, die Kamera ist wieder hinüber, aber wir haben ja alles im Griff, hoffe ich doch, oh, yo, schnell, unsere Kamera ist hinüber, ist hier voll im Arsch. Der Mann mit Dünnschiss ist da, oh, dieses Klackern im Hintergrund, das macht mich ganz verrückt. Der kommt, na, aber was muss ich tun, wenn er da ist, nichts? Türen doch mal checken, bevor einer reinkommt, kein Jumpscare bis jetzt, bin ich wirklich so gut? Die Ring, sie kommt aus dem Brunnen. Schneemänsel ist noch da. Keine Ahnung, aber ist ja nur einer, zwei, drei, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Weiß es jemand? Waren es nicht fünf? Waren es nicht fünf? Keine Ahnung. Okay, vielleicht, war es nur noch drei auf dem Monitor? Ach, die werden wahrscheinlich auf dem Klo sein. Ah ja, der eine mit dem Dünnschiss, der wird auf dem Klo sein. Und da macht man ja keine Kamera hin. Jetzt ist er hier. Zwei. Jetzt sehe ich nur noch zwei. What? Kann ich ja auch. Don't cry for me. Little animatronics. Fünf Uhr. Oh, nichts passiert. Das war die zweite Nacht. Ja, Leute. Ich würde sagen, die dritte Nacht, die werde ich vielleicht ein andermal spielen. Weil, es passiert ja im Moment nicht viel. Jetzt warte ich erstmal ab. Warte. Oder schaue auf eure Kommentare, ob ich es weiter spielen soll. Oder nicht. Oder wohl oder übel. Ob es euch Spaß macht oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Ich würde sagen, das langt das erste Mal mit... Five... Night at Whiteys. Ich gucke mal kurz noch in die Monitore. Wenn ihr der Meinung seid... Juhu. Hast du ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Dann wollen wir mehr davon sehen. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rosti-Kanal. In dem Sinne. Das waren die ersten zwei Nächte von Five Night at Whiteys. Wollt ihr mehr sehen? Dann folgt mir. Dann schreibt es mir in die Kommentare. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Euer Rosti. Das war Five Night at Whiteys. Ich schaue mal, ob ich irgendwie ins Menü komme oder nicht. Oder wohl oder übel. Nein. Komme ich nicht. Das war Five Night at Whiteys. Tschö bitte. Und wir gehen da raus. Tschaui.